das ist der absolute hammer also das haben die echt geil gemacht sobald ihr die schwelle hier über betritt hört auch mal die geräuschpolizei nimmt dann echt stark zu wir haben nicht so viel batterie ok wir brauchen Schlüssel das kann man da nicht rein ich laufe jetzt einfach mal so ein bisschen außen lang keine batterie hier den anfall ja ja ich weiß ja ohne siehst du hier draußen aber nix ganz ruhig ich weiß gar nicht was habt ihr denn batterie schlüssel nice und ohne batterie uhr johann sehr schreckt wir haben auch er war aber man hat das nicht zu das ist ja gar nicht richtig sein warum bleibst du da ah das gibt ja schon mal wieder mehr Sinn das hier nein so viel ich weiß war das doch hier verschließen verschließen ist da wohl nicht drin gehen wir erst mal rechts lang okay ich gehe in die richtung das war eine batterie da da kann man hoch da kann man hoch umgestürztes gerüst alles noch alles alles völlig normal da muss man die leiter hoch weg dich soll uns die batterie ausgehen hier und jetzt sind auf dem dach auf dem dach der war doch richtig ausgaben da ja da muss man springen bist du für einen da man da man nicht wieder und wurden ja am anfang welche welche hör doch mal auf mit dem knacken aller jetzt bin ich jetzt hier wenn wir doch die hax wenn ich da runter muss so hier geht's lang du machst es dir aber auch schwer ja gut das ist nicht gerade einfach aus dem stand aus eine leiter auch hier was auf dem marken und gemacht ich muss noch runter ohne batterie läuft nichts ohne kamera läuft ja ich muss schon da hoch ja schön dass du so bringen wie geht es jetzt weiter spiel speichern batterie sind schon wieder voll ja ich auch ich wäre gern dabei abgeschossen immer batterie batterie das hätten sie mal dass sie etwas sparsamer sind dass das irgendwo eine moment da ist ein bisschen merkwürdig aus was er dann macht batterie nimmt doch die batterie mal interaktion hätten sie besser machen können dann gehen wir mal da lang da ist der Zug na wachmann security security ok jetzt müssen wir hier runter was ist jetzt willst du nicht oder was ok 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 mann aus dem garten heute noch so ich weiß nicht warum ich denke man muss sein ich sehe da nicht war das geräusch von der kette klingt eher so als wenn das irgendwo in der halle aufgenommen mann 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 Sie sind überall. so ich weiß nicht ob da unten noch irgendwas gewesen wer zum aufschauen das ist aber scheißegal gerade oi 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 ich sehe gar nicht mehr wo ich bin mir klettert hier einfach weiter muss jetzt hier runter vorwärts seitwärts drückt aber passiert nix ok außer den langen kann man sich gut orientieren wir sind ja wir werden richtig nass gar nicht mal ein schirm dabei hier verläuft man sich ja wenn man von dem baum hängen ja wo kommt der denn jetzt ich bin jetzt einmal umgelaufen ich muss da hinten hin alter wenn sei der rennt jetzt genau da wo wir hin müssen hin finde ich nicht in ordnung da ist die kiste zu verstecken ich muss aus der hocke wieder das hat auch nicht mal die batterie wechsel die scheiß batterie du lauf und dann und dann und dann Junge, 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 okay, nochmal wieder einmal im Kreis, jetzt lassen mich die Bäume wieder nicht vorbei hier. Gehen wir mal hier unten rein, Finde, äh, Feuerstation, okay, äh, Frauenstation, Feuersation. Puh, das haben wir, Gott sei Dank, weil irgendwie macht mir diese Musik trotzdem noch misstrauisch. Komm mal hier rein, ja, nee, ist nicht wahr, ist nicht dein Ernst, oder? Äh, Feimale Ward, das ist Frauenstation, ja, muss ich mir mal sagen. Okay, hier geht's gar nicht weiter. Ja, nee, jetzt müssen wir da hinten doch gerade ausmachen. Alter, du siehst, aber auch nix, wenn ich ran suche. Hier, wo ich gar nicht hin will. Schon wieder hier. Glaube ich mir eine ganze Zeit im Kreis, oder was? Mist. Ja, vielleicht sind wir ja doch hier richtig, aber da frage ich mich, wie kommen wir da unten rein. Ich glaube, da kommen wir hoch, können wir springen. Weites Gelände hier. Weiß eben nix. Was? Da hat Batterien schon wieder leer. Bleh. Trotz und Galle. Okay, da geht's. Du stellst dich manchmal so ungeschickt an, du Bauer, ey. Mann, 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 Mann. Hoch. Ja, hilf mir da runter. Dann machen wir das ganz einfach. Easy. So. Oh. Puh. Ey. Aber jetzt die leichte Gems Last Musik, ey. Hahaha. So, ja, hier mach ich jetzt einfach mal. Genau. Wie ihr sehen, beim Cut, wie es dann hier weitergeht. Also, Leute. Bis dahin. Ciao, Betraut. Ja. Wir kommen zurück in Outlast 1, Freunde. Sky YouTube Sports. Servus. Ist jetzt ein bisschen her, seitdem ich jetzt zum Outlast gespielt habe. Naja, warum machen die jetzt hier die Musik an? Sie haben den Wollbreiter gesehen, oder? Sie verstehen es langsam, aber noch nicht ganz. Das Abra musste einen Blick zu Boden prüzen. Die obere Stockwerke, um zu Vater Martin zu gelangen. Okay, ich konnte das jetzt nicht zu Ende lesen. Ich konnte es nicht an der Seite, weil ich jetzt OBS, nicht auf dem zweiten Monitor habe, sondern auf dem ersten. Deswegen, äh, tut mir das leid. Ich weiß auch, dass meine Campe ein bisschen zu groß ist jetzt da, für wegen den Texten da unten. Aber wenn man ein bisschen Englisch kann, denke ich mal, ist das noch einigermaßen akzeptabel. Weil man das eine oder andere sich dann auch noch zusammenreiben kann. So, ich muss jetzt hier durch, oder was? Sieht nicht danach aus, als ob man nicht da durchkriechen könnte. Also mit Absicht irgendwie so versperrt halt. Okay, ähm, da ist etwas länger her. Ich war jetzt am Wochenende mal, äh, ja, bei meiner Mutter gewesen. Meiner Schwester, die hat dann auch. Was zum Geier sind das hier für Sounds, ey. Ich hatte eine Aufführung gehabt und in der Zwischenzeit bin ich ein bisschen ziemlich oft am Laften. Ihr kennt das Spiel Raft, ja. Da suche ich immer noch Mitspieler. Ähm, Maustaste. Ja, bei Raft drückst du dann wieder E. Na, E wie einfach. Mann! Ich drück jedes Mal E. Oh, scheiße. Das hat sich so eingebürgert bei mir. So, wie komme ich jetzt? Die oberen Stockwerke. Kann ich dann den Hocker irgendwie da reinlaufen? Nein, geht nicht auch nicht. Moment. Ach, diese Steuerung. Die ist so schnell gerade. Na, du musst doch da... Hä? Batterie? Geil. Nimm noch. Okay. Linke Maustaste, wir uns weg. Die linke Maustaste. Du Bauer. Weil wir die Empfindlichkeit mal jetzt eine Stufe runterstellen, damit er nicht ganz so schnell ist hier. Sonst komme ich da überhaupt nicht mehr drauf klar. Na, das bin ich hier hinten. Das will ich schon wissen. Und wenn du dagegen trittst, kommst du auch nicht raus, ne? Da ist auch zu. Äh, okay. Wer wird jetzt... Nö. Wir scheitern, das müsste ich da lang. Ach, Norbert. Hier gehen die Batterien wieder drauf. Nicht schon wieder. Immer diese Hetzjahs bei Outlast. Mir geht die Pumpe. Ich hab da jetzt verkeilt noch mehr drauf. Höh, höh. Ja, ja. Ist ganz ruhig. Zeit trifft. Nein. Ach, Mann. Geht aber runter. Keine Ahnung, was da gewaschen wird. Mal. Aber. Untertitelung des ZDF, 2020